Einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Abend Toffel. Da ist er wieder. Jawollo. Und wie geht's dir? Alles gut? Ich trinke mal einen Schluck aus der leckeren Mischeltasse. Prost. Checkt den Shop. Lohnt sich. Gute Qualität. Schön groß. Hau rein. Eine von zwei Tassen, die es da gibt. Irgendwie schmeckt alles besser aus der Tasse. Ich kann es euch ja mal... Darf ich nur nicht den Kaffee ausschütten? Ne, hier YouTube und Twitch. Der Twitch-Banner. Und da vorne noch die Homepage. Da-dum. Gucken wir mal. Oh. Ah. Genau da. Habe ich gestern Abend noch Videos geschnitten, ne? Nach dem Stream. Vier Videos davon gemacht. Alle auf YouTube hochgeballert. Das erste kam heute Morgen um sechs. Das zweite um zwölf. Das dritte um siebzehn Uhr. Und um zwanzig Uhr kommt das vierte. Also bis hierhin. So. Gucken wir doch mal, ob wir da wieder... Runen und Bigdrasils finden. Ich muss lauter machen. Ist gut. Du musst du aufpassen wegen den Sammelelementen. Das kann man gerne mal übersehen. Wo das da hin könnte zum Beispiel... Was sein? Warte mal, lass ich doch mal... Was kann ich nicht rennen? Jetzt kann ich rennen. Ah ja, hier geht's nicht. Hier rum? Ne, okay. Gott. Jo, Leute, ich komm. Kann weitergehen. Alleine Rune haben wir ja schon verpasst. Das finde ich sehr schade. Und das auch noch an einer Stelle, wo ich eigentlich hingehen wollte. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob der stehenbleibt, der Typ. Und dadurch haben wir die verpasst. Die zweite Rune. Aber ist recht... Am Anfang von... Von dem Spiel noch am Strand unten. Was? Hier ist nichts. Ah doch hier, schimmert doch was. Ah, hier ist ein Gesicht. Tadam. Ich finde das so eine geile Idee, ne? So geil gemacht. Ah man, Bäumchen. Oh siehst du, wir haben einen verpasst. So ist es also. So ist es also. Ja, schade. Haben wir ein Gesicht verpasst. Ich hab extra drauf geachtet. Ja, aber ich merk schon, ähm... Wir sollten vielleicht... Wenn wir die... beiden Erfolge nachholen... Ähm... Uns Hilfe holen. In diesem Internet. Dass wir die alle finden, weißt du. Wo ist der Umlauf? Hilfe aus dem Neuland. Genau. Dieses Internet. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ah. Da waren sie aber schnell mit ihren Dackelbeinen. Na komm, dann lass mal erstmal noch... die Lage checken. Nicht, dass wir noch, äh... was übersehen. Ich mein, ja. Wir werden es nochmal spielen. Boah, schreckt mich doch nicht. Aber... Je mehr wir jetzt schon finden... Umso... leichter kommen wir dann durch. Also was ist leichter? Umso zügiger können wir dann durchlaufen. Kannst du sie sehen, Senoran? Kräcks. Kräcks in den Boden. Das Land ist gebrochen. Ja. Die Giants, die sie am Nachthagen. Der Sonne. Es geht runter. Also wenn die ganze Zeit von... von Iltauga reden... und man im Vorstellungstrailer... Iltauga schon gesehen hat... finde ich es eigentlich ziemlich schade... dass man... den Endboss spoilert. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass es der Endboss sein wird. Aber ja. Storymäßig ist ja eh nicht viel zu holen, ne? Also... Klar, für jemanden wie mich... Oh, hier, Hune. Der... die nordische... Mythologie mag. Wir haben schon zwei verpasst. Für so jemand ist es interessant. Und... Und die Fische... flog die Nette. Es dauerte Jahre... und die Leute waren zufrieden. Es gab keine Respeite, sogar im Frühjahr... seit die schrecklichen Gäle... aus dem Norden... kamen und kamen und kamen... für Wochen. Das ist ein kaltes... und unvergiftes Land, Senoran. Jupp. Idis. So, vielleicht noch ein Gesicht irgendwo. Ja, aber das wäre jetzt... Doch, tatsächlich. Ich finde das richtig cool gemacht. Weil sowas kennt man ja. Ne? Diese... Dinge, die aussehen... sei es Bäume oder Felsen, die aussehen wie Gesichter. Da hat der Mensch ja so ein... so ein Sparren dafür. Oh, jetzt haben wir... keinen mehr verpasst. Cool. Halt. Ja. Ne, sobald ein Mensch... irgendwas wahrnimmt, was aussieht wie... zwei Augen und ein Mund... seien es nur Astlöcher oder so... dann... sieht man sofort ein Gesicht. Das ist halt einfach so. Der Mensch assoziiert das. Und da finde ich das cool, dass die sowas hier eingebaut haben. Boah, die... fahren die immer noch mit kranken Weg. Heute... auf dem Nachhauseweg. Die Autobahn wird zu einer Bundesstraße und kommt dann hier ins Dorf rein. Abgesperrt von der Polizei. Und ich so, was ist denn hier los? Umleitung über... zwei kleine Dörfer, damit man dann... nach Hause kommt. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und selbst hier aus dem Dorf raus... Also Stadt ist kein Dorf... Ähm... Keine Chance. Und dann gucke ich so... in diesem Internet... Und da... Also es war um 17.30 Uhr etwa... wo ich hier hergefahren bin. Und dann... äh... lese ich, dass um 15.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall war auf der Straße. Ähm... VW Touran... Audi TT... Ne... Irgendwie sind sie wohl... Also die sind sich entgegengefahren, ne... Sind dann... Da ist 100... Irgendwie sind sie sich dann... frontal geküsst. TT-Fahrer sofort tot. Und der... Gott... Ah, guck mal, da geht's noch weiter. Und der... Turan-Fahrer... Schwer verletzt. Heftig. Ja, keine Schmerzen mehr am Bein, Digga. Ja, das ist... heftig. Wirklich heftig. Echt übel, wenn sowas passiert, ja. Und das ist mein... mein täglicher Weg. Und ich hab grad vor ein paar Tagen... da kam mir auch einer... ziemlich nah rüber. Hab ich gedacht, Alter, wenn der mir... da reinkracht, weil er nicht aufpasst... was das für ein Schlag geben muss. Heute ist es passiert. ... blablabla, blablabla. E, blablabla. Und für HEKL... aber wie immer kaum wird das warm werden die menschen komisch ja es ist es wirklich so die drehen alle durch wenn sie vitamin d abkriegen ich habe eigentlich fast täglich hier also speziell hier vielen dank für dein follow conciliatory bug 7 dankeschön herzlich willkommen ein bot und tschüss conciliatory bug wir müssen weg der white spot ist voll geil ich habe auch gestern wieder um gespielt also ihr mods habt da auch zugriff drauf ich weiß noch nicht genau wie das funktioniert ihr könnt zum beispiel ausrufezeichen clip habe ich jetzt aktiviert bei euch damit ein clip erstellt wird das ist schon ziemlich cool run to the hills quatsch kriegt mich nicht ja jetzt wird schon wieder dunkel das schlecht wo sind die anderen beiden noch nicht hin die lava mr lava lava run 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 get out of here ok ok oh hand verdammt langer arm genau alter look at this wow exorzist vibes der schneider tut mir leid der den absolut muss ja absolut ach guck mal das bin ich selbst oh oh jetzt wird es bestimmt böse sieht so aus wie ein holländer aber wie das aussieht ich habe mir gerade die videos auf youtube angeguckt wo ich hochgeladen habe auf dem fernseher und ist auf jeden fall auch noch mal auf die xbox starten am fernseher welche schönen hdr und 4k sehen kann ich habe hier nur full hd ohne hdr das muss ja abartig aussehen sie ist du so when the volcano eruptes it will open the wall between this world and this world suffers too the giants can flooding from the east killing and eating whoever they could stimmt warum kommt die krabbeltante nicht da hoch da gebe ich dir recht ah ich weiß warum so steht es im skript sie würde ja gern aber geht nicht zu doof zum klettern genau aber bestimmt weil sie nackig war nicht dass man von unten alles sieht wenn die da breitbäulig da hochklettert oder eine biene meint die müsste ein bienenbau drin bauen wie ein stock siehst du das ist ein spezieller hügel da kann sie nicht hoch ich habe einen dünner geistet nichts ist unmöglich nein es gibt keine mögliche wir können nicht die geistet die dünner geistet du kannst du verdienst das warum kamst du hier zu Senua um die schlaver zu stoppen aber das spiel ist mal ein ausblick darauf was für grafik uns erwartet in zukunft das ist überhaupt gar keine auslastung von der grafikkarte nichts gar nichts und es sieht so aus ne ein zeus der flöten zeus ist da wunderschönen guten abend na steckst schon wieder in star wars ich bin wieder da das war veräppelt hoi vier hoi vier there's no easy way out ja ja ach sauer ist schon dunkel ne da ist heller 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 von sinn genau hm jetzt müsste man wissen wo man hin muss das ist die 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 aus dem die die das 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 Vielen Dank.